ja ich habe noch 90 80 du bist weit vorne ja aber noch nicht nah genug dran ich habe aber noch 100 meter zum laufen jetzt hat er sich erst mal hingelegt und vor mir landet genau eine wieso läuft meiner normal was was muss ich drücken bergauf läuft normal shift shift gedrückt halten noch schütter ist einer genau vor mir kannst du mal ein bisschen schneide laufen du arschloch bist du schon am turm nein ich bin weit weg ich bin noch 100 geh nicht zum turm einer läuft schon den turm hoch gut danke zu wissen also gut zu wissen ich gehe jetzt mal in das weiße haus ich glaube der hat schon eine waffe gefunden ich höre ein reload ich habe es auch gehört naja wenn ich jetzt mal einen rucksack da auch eine waffe eine pistole das nehme ich auch jawohl jetzt habe ich eine waffe hast du eine nein wo bist du in dem weißen haus in welchem in der ersten oder zweiten ersten du kannst du in eins rein das zweite da kannst du nicht rein habe ich gerade schon heraus jetzt habe ich eine waffe also ich habe aus irgendwelchen gründen werkzeugkasten ja manchmal sind in backpacks wenn du die findest kann schon sein dass was drin liegt ja mein backpack ist voll ja ja es gibt unterschiedliche backpacks die man finden kann ok ich gehe jetzt auf die andere seite nicht wo du immer drin warst in dem turm sondern genau in die andere richtung wo bist du eigentlich gerade ich bin in diesem grün bist du bei dem weißen ich bin gerade an die vorbeigelaufen ja gut das wollte ich nämlich gerade wissen ich laufe zu dem hinteren turm weiter richtung süden da war ich schon dritter du bist ja oben da läuft läuft zum kleinturm sollt noch ammo liegt hier rum oh shit auf was schießt auf dem spieler wo wo der ist bei dem bei dem an klein anderen kleinen turm und wer hätte noch geschossen noch ein spieler scheinbar ich sehe dich auf dem turm alles klar du bist draußen ja sie sind da vor der tür ja ja er läuft gerade ins andere häuschen ah scheiße verdammt jetzt ist er raus ja er war zu schnell wo läuft er hin ich habe geschossen aber nicht getroffen der ist bei diesen da sind drei kleine türmchen oder drei kleine weiß ich weiß ich wo ist er dahin der ist bei mir hinter dem von mir aus gesehen hinter dem linken und die aus auch alles klar alles klar ist sogar nachgeladen Nee. Fuck. Ich seh ihn nicht mehr. Äh, ich seh's genauso. Ich seh ihn auch nicht. Ich glaub jemand schießt auf ihn. Ja. Der rindt weg. Wer ist jetzt hinter dieser Sandstackbarrikade? Oh man. Sag mal, hat da jemand einen MG gefunden? Der ist immer noch jetzt bei diesen grünen Häuschen. Jetzt läuft er rechts raus. Ach, das setzt der Minen oder was? Ich bin das die ganze Zeit. Ich verklick mich verdammte Scheiße, alter. Okay, der ist jetzt rausgerannt Richtung Zaun. Ich glaub der ist weg. Wie kann ich denn die Minen wieder auf? Keine Ahnung, scheiß auf die Minen. Sollen wir die Position vielleicht verlassen? Ja, das Ding ist, ich hab so wenig Munition. Ja, ich hab ein HE-Round. Ja, ich hab ein HE-Round. Oh, der Typ ist weg. Der ist nach hinten weggerannt. So Richtung Nauben. Durch den Zaun. Ich hab auch nur... Gehst du grad nach? Ja. 48 Schuss. Ich seh am hinteren Turm, wo dein Turm ist, wo du sonst immer warst, da läuft grad einer weg. Und er läuft in deine Richtung. Ich kann noch nicht sehen. Jetzt ist er verschwunden. Hinter dem... Zwischen deinem Turm und dem weißen Haus. Irgendwo dort ist er. Wo bist du eigentlich gerade? Unten in dem grünen von mir. Okay. Der Typ ist nicht mehr zu sehen, entweder ist immer noch eine Maus. Was? Muss laufen. Wohin? Das wird lustig zu dir. Du läufst grad am meisten Haus vorbei schon, oder? Ja. Keiner schießt. Ja, gleich, aber... Du bist grad bei mir angekommen, oder? Ja. Wo? Wo? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das hat mir jeder gehört. Da läuft. Bist du an dem weißen Haus wieder? Nein. Welches weiße Haus? Direkt da an dem Stein, an dem Zaun. Okay, ist da auch nicht da. Der ist dort, wo die Explosion war, rumgelaufen. Echt? Ja. Der kam von genau da, aus der Position raus. Und ich so, höh, da läuft ja eine. Da hat es ganz knapp verfehlt. Ich loote den. Hast du mir gerade was geschrieben? Ja, in den Channel rein. Daisy Song von Scuba. Kennt ihr jemand von euch schon? Schrecklich. Ab zwei Sekunden reingehört, habe ich da gemacht. Echt? Ich finde es nicht so schlecht. Ich werde es jetzt bestimmt nicht auf CD brennen. Aber dafür, dass es irgendwelche Leute sind, geht es eigentlich echt. PvP ist schon gut. Man kann aber auch mal friendly sein. Äh. Das ist hier durch den Fick der Hater. Ja, bad things I hate. Ja gut. Ne, ist ja schon okay. Äh, wo bist du? Bei so einer Leiche. Wie kann ich denn... Warte, hinter uns, hinter uns. Hinter uns heißt... Da ist gerade einer rumgerannt. Sag mal genau an, wo. Dort, wo du rausgelaufen. Der ist jetzt bei mir im Turm. Direkt? Hinter dem Turm. Bei der Sandsackbarrikade. Ich komm. Läuft jetzt vor. Das war gut. Das war gut. Wie kann ich den Rucksack öffnen? Oh, keine Ahnung. Das habe ich auch schon probiert, aber das habe ich noch nicht hingekriegt. Ich habe noch nicht mal einen First End Kit gefunden. Ah, ich habe es jetzt rausgefunden. Stolpermine. Einfach doppelt klick drauf. Okay. Ich habe auch einen First End Kit. Ich habe keins. Ich habe keins. Also nimm du es mit. Ich habe zwei Third End. Ey, dieses Random Carpet Bombing. Ach, guck mal. Ich kann die Luken schließen an dem Ding hier. Das hätte ich dir übrigens sagen. Darf ich mal was fragen? Wo ist denn das Rending? Äh. Random. Vor uns? Das schlägt dir in die scheiß Base ein. Siehst du das nicht? Ja, ja, aber... Der weiß, das weiß, ich weiß nicht, Kugel. Das ist komplett kaputt, dieses Teleskop oder was das sein soll. Alter, nie gesehen. Siehst du das? Ja, ich habe es gesehen. Scheiße. Ach, wir sind genau mittendrin in dem roten Kreis. Alter, vielleicht sollten wir den mal raus. Ja. Hat der noch irgendwas zum Looten? Nee, nicht mehr. Gut. Wo bist du rausgelaufen? Richtung Südosten? Richtung Südosten? Alter, ich komme so nicht klar mit dem gelaufen. Komm, 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 komm. Ja, Südosten laufe ich raus. Da läufst du auch gerade raus, ne? Auf dem Hügel? Ja. Oh, ich sehe schon den Rand auf dem GPS. Ich habe GPS gerade angemacht. Oh, ja. Ich sehe ein... Oh. Richtung, Richtung, Richtung. Da will er immer lieber selber killen. Ja, ich... Ja, was soll ich... Das ist ein Kompass. Ich bin... Ich habe dann... Ja, aber ich habe doch keine Zeit, da noch einen Kompass zu drücken. Den looten wir gleich, würde ich sagen. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Er kam von Ost... Nordosten. Nordosten? Berg hoch oder was? Ja, hinter uns. Aha! Wie geil ist das denn? Du musst mal seitwärts laufen und dich hinlegen. Du bist das neben mir, ne? Ich habe mich gerade hingelegt. Alles klar. Ja, wie geht denn das? Wie habe ich das denn gerade gerade nicht gemacht? Ich weiß nicht, was du meinst. Das hier! Schau mal, wie ich lieg. Ah, ja, ja, stimmt. Da gab es irgendwelche Funktionen. Aber wie ging das nochmal? Seitwärts laufen und hinlegen. Ne, Moment. Ne, da gibt es... Da gibt es irgendwelche... Sollen wir kurz mal die Leiche looten? Ja. Ich bin auch... Es gibt mehrere Positionen, die du einnehmen kannst. Du kannst dich auch richtig... Komm mal her, komm mal her. Ich lege dir mal was ins Inventar. Kann ich das überhaupt? Lübsel auf dem Boden. Ja, ich kann ran. Ist auch neblig geworden. Ja, ich hab dir drei First Aid Kits reingepackt. Welchen Brunk Munition brauchst du? Stannack. Oh, da ist einer! Da ist einer! Wir sind beide tot, oder? Ja. Oh, wir sind solche Noobs, ey! Oh, mein... Ich wusste nicht, wie ich das so schnell wieder schließe, ey!